Kommen wir nun zum vierten und letzten Tape. Als ersten Schritt wird die Basis des Tapes durch Entfernen der Folie freigelegt. Das vierte Tape wird nun etwas höher als die ersten beiden Tapes angeklebt und ohne Falten um den Zeh herum ausgestrichen. Die restliche Folie wird bis zur nächsten Basis hin entfernt und Überstände abgerissen. Nun wird über den Zug des vierten Tapes die Großzehe nochmals leicht eingestellt und bei haltenem Zug das Tape an der Innenkante des Fußes zum Knöchel hin ausgestrichen und angerieben. Die Tapeanlage ist fertig und bietet nun eine leichte Korrektur und optimale Entlastung des Großzehengrundgelenkes. Untertitelung des ZDF für funk, 2017